Also Impact Move ist für mich eine richtig coole Mischung aus Missionseinsatz, aus einer Jüngerschaftsschule und dass man einfach die eigene Persönlichkeit noch besser kennenlernt. Ich glaube, ich bin mir auch sicher, dass man sehr geprägt aus der Zeit herausgehen wird. Man wird als Team richtig gut zusammengeschweißt und als Einsatzland würde ich mir, glaube ich, ein Land in Südamerika aussuchen, weil da einfach auch nochmal eine ganz andere Kultur ist. Die Leute sind sehr offen und man kann einfach sehr viel dazulernen. Man wird sehr geprägt in der Zeit und egal wie man startet, man wird sehr verändert durch die Zeit.